Glück auf ihr Lieben! Ja, Teil 6 des vierten Buchs, es geht um Plasma und zwar genauer gesagt die Mondreflexion. Viel Vergnügen! Plasma, die Mondreflexion. Kosmische elektromagnetische Energie aus den Tiefen aufsteigend spiegelt sich im inneren Bereich des Feldes, wird weiter unten abgedruckt und fokussiert dennoch das Licht. Der Mond entsteht an der Grenze der Ionosphäre zum Äther in etwa 5500 Kilometern Höhe. Mit einem Durchmesser von rund 51 Kilometern und einer linsenartigen Form repräsentiert er die negative Brechung der kosmischen Energie. Ja, wie wir es vorher schon gelernt hatten, der Mond ist ein bisschen kleiner als die 51 Kilometer im Durchmesser und die Sonne ist das Ergebnis der Brechung der positiven Brechung des Lichtes und der Mond ist die negative Brechung der kosmischen Energie. Hier haben wir die Ionisation des Elements Krypton oder des Äthers in dieser Zone, während das untere materielle Feld abgedruckt wird. Dies ermöglicht uns die Karte der Erde zu erhalten, vergleichbar mit einem Röntgenbild, wo die Landmassen transparent erscheinen und die Wasserflächen beleuchtet sind. Es handelt sich um eine konzentrierte Ionisation des Äthers, die eine außerordentliche Präzision besitzt und die Essenz des Erdbodens offenbart. Ja, das soll es dazu gewesen sein. Im nächsten Buch oder im nächsten Teil geht es dann um die Sterne als Plasmaobjekt und die einzelnen Abdrücke in den sogenannten Planeten, die wir am Himmel sehen. Das wird auch sehr, sehr interessant und wenn der nächste Teil vorüber ist, geht es dann weiter mit Karten, politischen Karten und ozeanografischen Karten. Ich hoffe, ihr hattet viel Vergnügen dabei. Bis bald!